Hi, mein Name ist Dr. Sommer und hier ist eine neue Frage von einem meiner Zuschauer. Und so geht es leider den meisten Männern heutzutage. Also, let's go. Hallo Herr Fram, ich habe eine nette Polin kennengelernt. Normalerweise lerne ich Frauen in echt kennen. Hier war es eher spontan über Tinder relativ locker. Also auf Deutsch wahrscheinlich nicht relativ locker, denn über Tinder ist das meistens für die meisten Männer nicht möglich. Und selbst da, wo es klappt, für manche Männer klappt vermeintlich Tinder, dann bist du trotzdem in einer fürchterlichen Ausgangslage. Ihr kennt ja das ganze Spiel. Guckt euch gerne meine Videos an. Weiter geht's. Ich habe grundsätzlich keine Probleme, Frauen offen anzusprechen. Das ist schon mal gut. Das wird in den nächsten Jahren zur Superkraft werden. Ist es heute schon. Das heißt, das muss man spätestens jetzt anfangen zu lernen. Über Tinder war es nur aus Bequemlichkeit. Das ist ein bisschen so, als wenn Sie jetzt geschrieben hätten, Herr Fram, Ich bin gestern um 23 Uhr ins Bett gegangen, habe dann um 23 Uhr zwei gemerkt, dass ich vergessen habe, auf Toilette zu gehen. Ich musste tierisch und habe dann aber aus Bequemlichkeit einfach laufen lassen. Die ganze Nacht in meiner Suche gelegen und das plane ich auch für die nächsten Wochen, noch ohne Bettbeziehen weiterzumachen. Ja, das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Tinder aus Bequemlichkeit. Der vermeintlich leichtere Weg oder bequemere Weg ist meistens auf lange Sicht gesehen der härtere Weg. Und der vermeintlich kurzfristig gesehen erstmal härtere Weg ist, wenn er denn wirklich sinnvoll und richtig ist, langfristig gesehen meistens der leichtere und sinnvollere. Da hat mir mal irgendwo jemand erklärt. Denn auf Tinder lernst du ja nichts. Selbst für die Männer, wo das vermeintlich erstmal klappt, du lernst ja nicht dasselbe dabei. Du bist nicht derselbe Mann, du lernst nichts fürs Leben. Es geht rein um Frauen anstatt um den Skill und die Männlichkeit und das sich zur vollen Größe aufrichten. Du lernst ja einfach nichts. Nicht dasselbe dabei. Ich habe sehr darauf geachtet, dass sie zumindest meine Interessen vertritt. Sport zum Beispiel. Das ist mir positiv aufgefallen in den ersten Chatnachrichten. Ja, ich kann es mir, ich sehe es schon vor dem geistigen Auge, die Textwende. Das war ja gar nicht so viel. Wir haben ja nur ein paar Wochen hin und her geschrieben, wie es immer heißt. In den ersten Chatnachrichten. Und wir haben uns relativ schnell getroffen. Wie gesagt, ich sehe die Textwende fast schon vor mir. Sie raucht für mich eigentlich ein No-Go, war mir in dem Moment aber gar nicht so klar. Ich dachte, sie könnte ja schnell damit aufhören. Wie die Leute das so machen, das ist wie ganz easy und schnell mit dem Rauchen aufhören. Vor allem, wenn das nicht die eigene Idee war, sondern die Idee des neuen Stechers. StecherInnen, Entschuldigung. Hast du dich schon distanziert? Und es würde mich bestimmt gar nicht so extrem stören, die Raucherei. Jedoch merke ich, wie das Rauchen an sich mich doch stört. Allein vom Gesundheitsfaktor schon. Dazu kommt der Geruch plus gelbe Zähne. Autsch, das ist geil. Sie ist optisch gar nicht so zu 100% mein Typ. Mir fällt es schwer, eine langfristige Beziehung mir mit ihr vorzustellen. Das ist kein Problem, weil sie haben ja wahrscheinlich, sie sind ja noch hier die ersten Wochen Kennenlernphase und so weiter. Sie haben ja die Entscheidung wahrscheinlich noch nicht getroffen, weil sie meine Videos vorher geguckt haben. Gucken wir mal rein. Wir haben uns relativ schnell getroffen. Aus einem Date wurde ziemlich schnell eine Beziehung. Aktuell sind wir zwei Monate zusammen. Also alles relativ frisch. Ja, da haben wir es wieder. Die traditionelle Dating-Matrix, die durch Tinder natürlich noch verstärkt wird. Wir haben uns vor kurzem kennengelernt und sind jetzt zwei Monate zusammen. Alles noch relativ frisch direkt zusammen zu kommen, anstatt das erstmal langsam angehen zu lassen und nicht direkt so auf die Tube aufs Gas zu drücken. Weiter geht's. Knick-Knack war schon beim dritten Date dabei. Schon beim dritten Date. Als wäre es normal, das beim zehnten Date erst zu machen. Also das ist schon okay, schon beim dritten Date Knick-Knack zu haben, in der Kiste zu landen. Das ist aber für die Männer, die Tinder benutzen. Für die meisten, die Tinder benutzen. Da kommen ja gar keine Matches zustande. Aber wenn Matches zustande kommen und wenn dann daraus auch noch Treffen zustande kommen, dann verstehe ich die Einstellung durchaus. Oh, schon beim dritten Date, weil natürlich beflügelt Tinder die Versorgermanege. Ja, dass du da statt der Besorger der Versorger bist sozusagen und dann da am Nasenring durch die Nice-Guy-Versorger-Manege gezogen wirst mit 20 Dates und so weiter. Also Knick-Knack war schon beim dritten Date dabei. Bis jetzt sehr Knick-Knack orientiert von meiner Seite. Manchmal bin ich mir unsicher, ob ich mich eigentlich nur zum Knick-Knack mit ihr treffe. Solche Gedanken kommen öfter in letzter Zeit, da der Knick-Knack tatsächlich sehr gut ist für beide Seiten. Ja, das machen die meisten Männer, wenn wir mal ehrlich sind so, dass sie sich die Frauen nicht aussuchen und sagen, auf die habe ich Bock, die würde gut zu mir passen, mit der habe ich Spaß, die hat mit mir Spaß, beide ergänzen sich positiv. Sondern die meisten Männer sind einfach zufrieden, wenn sie ihren evolutionären Auftrag mehr oder weniger erfüllen und regelmäßig in der Kiste mit der Frau landen und Knick-Knack haben. Und dann ist das auch gar nicht so entscheidend, welche Frau, Hauptsache irgendeine. Die eine, die eine, die nicht Nein gesagt hat. Ja, anstatt den Skill richtig aufzubauen, und wie bin ich denn der Typ, der sich dann vielleicht auch eine vernünftige Frau raussuchen kann. Ja, aber so geht es vielen Leuten und so geht es auch meinen Klienten, bevor sie zu mir ins Coaching kommen. Kleiner, schamloser Werbepitch am Rande. Das ist schamlos! Weiter geht's. Jetzt war ich auf einer Geburtstagsfeier, wo sehr viele Mädels-Frauen da waren und muss zugeben, meine Gedanken waren sehr stark auf die anderen Frauen gerichtet. Hatte mir teilweise vorgestellt, in dem Moment, wie es wäre Single zu sein und halt anzusprechen, die mir optisch gefällt. Da ich aber mit meiner Freundin da war, ging das natürlich nicht so mit dem Flirten, sonst hätte ich mit Sicherheit meine Chance genutzt. Meinst du, es wäre frech, jetzt einfach schon nach anderen Frauen Ausschau zu halten? Nein, das darf man erst nach einem Jahr in Beziehung. Ja, kleiner Scherz am Rande. Im Prinzip ist es auch nicht so. Meinst du, es wäre frech, jetzt schon einfach nach anderen Frauen Ausschau zu halten und einfach weiter Knicknack mal hier und da zu haben oder es einfach direkt komplett zu beenden? Meine aktuelle Freundin sagte anfangs, sie könne sich keine knicknackt basierte Beziehung vorstellen, wenn dann was Ernstes, was Lockeres wäre nicht für sie. Ja, herzlich willkommen in der Versorgermanege, in der TikTok-Matrix. Erkannte das Risiko, hätte es lassen sollen. Ich habe schon innerhalb der ersten Wochen direkt fast ihre ganze Familie kennengelernt, was generell eine sehr gute Idee ist. So empfehle ich das. Einmal Murmeltier bitte einblenden. Wirklich! Da sie bei ihren Eltern wohnt. Wir haben zusammen gegrillt, etc. Ich bin da sehr vorsichtig, möchte meine genauen Schritte jetzt gut überlegen. Das wäre vielleicht vorher besser gewesen. Oder sehe ich das Ganze zu streng? Sollte ich nicht einfach locker sein, weiter Knicknack ab und zu und nebenbei einfach Augen auf andere Frauen legen. Sobald ich eine Frau gefunden habe, die mir optisch auch gefällt und nicht raucht, dann die Beziehung beenden. Sie verstehen bestimmt, was ich meine. Ich freue mich auf eine Antwort von Ihnen. Ja, vielen Dank für diese Frage. Die sinnvollste Lösung wäre natürlich gewesen, einfach vorher bei mir im Coaching zu sein und dann den ganzen Kram mit mir durchsprechen und auch diese Lady mit mir zusammen durchsprechen, um dann den ganzen Käse überhaupt nicht an der Backe zu haben. Jetzt haben wir den Salat. Zack, da haben sie es versaut. Jetzt liegt der Hase im Pfeffer. Ja, ausprügeln und zu pflastern ist immer komplizierter als das ganze Ding von Anfang an gar nicht erst falsch, sondern direkt richtig zu machen. Jetzt haben wir den Käse. Jetzt haben wir den Salat. Deshalb wäre es in diesem Fall wahrscheinlich die faireste und moralischste Lösung, dieser Frau reinen Wein einzuschenken, reinen Tisch zu machen und ihr so ehrlich wie möglich klar zu machen, was los ist. Denn die Frau hat ja auch jemanden verdient, der wirklich Bock auf sie hat und nicht nur mit ihr zusammen ist, weil es halt irgendwie gerade mal gepasst hat und er sich dann in die traditionelle Dating- und Tinder-Matrix und Versorgermanege hat reinziehen lassen, um regelmäßig Knickknack zu bekommen. Wer mit diesem ganzen Thema nie wieder Probleme haben will und auch den Rest des Lebens ordentlich vorwärts bringen will, der kommt gerne zum Coaching. Link zum kostenlosen Vorgespräch ist unten in der Beschreibung. Erscheinen Sie, sonst weinen Sie. Wird's bald.